Hallöchen, Hallöchen, da sind wir wieder. Oh, ich sehe auch gerade, ich habe nicht mehr so viel Leben. Weil ich am Wochenende bin. So. Dann sollten wir auch mal alles weglegen. Weglagern. Den kann ich glaube ich gar nichts mehr anfangen. So, bringen wir das mal raus. Momentan. Gucken wir mal, wegen Essen. Das voll haben. So, Essen. Das. Das. Oh, wie süß. Die unterhalten sich. So. Dann gehen wir mal hier drauf. Holz haben wir ja. So. Dann warten wir es mal essen. Oder. So. Okay. So, wir sind ja aus dem Dings erstmal raus. So, dann werden wir mal essen. Mal voll machen, bitte. So. So. Mal hier noch. So. Mal hier noch. Mal hier noch. Mal hier noch den Rest. So. Mal hier noch. Mal hier noch genug. So. Alles klar. Dann gehen wir weiter sammeln. So. 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 Essen sollte man definitiv auch wieder ein bisschen mehr mitnehmen. So. 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 Essen ist ja auch sehr sehr wichtig. So. Sollten wir auch wieder mitnehmen. Mal kurz anhalten. Ja. So. 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 genug haben müssen wenn die kleinen flieger dann kommt auch mal ganz viel leder sammeln wir genug haben es scheint ja auch sehr nicht zu sein für manche sachen wenn ich bin schieße das dann sind weit weg so das geht und hätte ich mir leider so alles einsammeln das geht noch schnell wo wir weiterziehen links wir über nennen anfangen weiter da ist drin so stopp so einsammeln haben wir hier oben oben was nennen das haben wir alles du bist mal da ist mal so müssen die denn hier ja wieder fett ok ok auch kein fertig bruch leider das ist dann wenn ich damit abschieße darf man gar nicht den trifft man ja gar nicht dann brauchen wir das hier so das ist das ist das ist das ist das ist das ist da unten laufen sie rum mal kurz anhalten dann können wir wieder neu sammeln dann können wir wieder neu dann können wir wieder neu dann können wir wieder neu was haben wir denn jetzt hier noch so schönes bisschen davon davon brennmaterial das was ich natürlich haben will kriege ich natürlich nicht okay müssen wir erst mal weiterfahren ich kriege einen von hier noch nicht so sind erst mal mit dozieren kriegen wir dann das wieder sicherheitsleder auch dabei ja ok dann weiter ok 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 das sind zugteilen wir sind da da sagt noch einsammeln ich kann mir dann auch noch was forschen die sachen haben sollten sein könnte wir essen hier holz holz ist mir auch sehr sehr wichtig so brennmaterial kuxeln auch und zu was haben wir noch wie viel haben wir noch dann mal noch ein eisen dann fangen wir weiter nehmen wir mal mit der russstufe dann Okay, so... Schnell hoch. So... Könnte ich das Ding gerade erwarten? Aha. Lagen. So... Okay. Dann gucken wir mal. Wir sind schon sehr voll wieder. Äh... Jetzt hier rein. So... Voll. 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 Langsam kriege ich mehr und mehr. Also... So wie ich das gerne hätte. Arbeiten wir gleich alles. Auch raus. So... Hier. Holz. Rein. Rein. Voll. Mal was reinsetzen. Rauben. Leder. Was aus mit Chemikalien. Hier habe ich noch genug Leder. Ah, okay. Doch noch genug Leder. Auf der falschen Seite geguckt. Ja. Muss man das mal da ändern. So. Mal nur von Leder. Okay. Na ja. Okay. So. Gut. Ich bin klein. Hat ihn glaube ich voll, ne? Ja. Jetzt mal 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 was hin. Das hier rein. Und jetzt mal mal was hin. jetzt mal erreichen dann hat noch ein bisschen okay damals mal wieder ein bisschen ein bisschen aber leider haben doch genug also genau holz haben wir nicht genug das sollten wir jeden fall sammeln essen sammeln wir auch wegen eisen herstellen dass wir dann genug haben überlegen ob ich nicht zwei große container noch baue für eisen und holz ich habe wenn es wieder reparieren und ich lass mir zwei regale bauen oder zwei ein regal ein eisenbild uns so herstellen ein eisen schrauben wir haben ja auch irgendwo perfekt so weil große die Nippel 6 Blitz ich brauche 2 4, 4 so wir hatten doch ja eigentlich schrauben muss ich ja schon so brauche ich Eisen glaube ich ja ok dann nehmen wir mal ein bisschen Eisen raus ein bisschen produzieren mitz mitz . 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 So. Manchmal vier Schrauben machen. Drei Schrauben. So. Dann können wir gleich schon mal die zwei großen und ein bisschen umändern. So. Eisen. Mal hier rausholen. So. Jetzt kann man auch was rein. So. Bleibt. Perfekt. Dann machen wir noch mal ein bisschen. Mal zwei, drei. Gott ist das die drei Schrauben. Mal eine. So. Dann können wir, wir gehen. Mal. Das haben wir. Mal. öffnen einmal für immer verweisen und einmal für weiß wenn ich so so okay so gut das ist dann schon mal ein bisschen mehr geordnet was wir hier hier noch kleinen rechte oben noch mit reinstecken dann so ein bisschen überblick hat aus das kann auch hier reinstecken wenn man mal in so ein ding hier voll hat das eigentlich reichen 60 stück dann können wir eigentlich gerade die folge ist mir zu ende so wenn es euch gefallen hat gerne ein däumchen da lassen bis in der nächsten nächsten folge so ciao ciao Vielen Dank.